over the edge 1998 stone cold steve austin gegen dude love noch einmal der rattlesnake versus chicks magnet wwe championship in gefahr oh have mercy ja damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von wwe 2k16 austin 316 und heute machen wir das match heute machen wir das match stone cold steve austin versus dude love bei over the edge 1998 am 31 mai in milwaukee wisconsin und mr mcmahon ist special guest referee das stimmt auch das match kenne ich auch mcmahon ist soweid kenne ich weiß schon Ja, wird das Match verablaufen oder nicht? Das wird man sehen. Dieses Match kennen wir auch von WWE 13. Die Geschichte zeigt, was kann passieren, mit dem Mr. McMahon-Sentrum. Ihr Nummer 1 Contender, für Stu Love. Er ist ein Corporate Hip-Cat. Er hat seine Haare, 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 er hat eine Blu-Glazer. Und er könnte sein, dass er die Championship-Belt bei dem Ende des Jahres. Das ist ebenfalls richtig erkannt. Champion werden am Ende. Die Frage ist, ob er es schafft. Und dann kommt der WWE Champion, Steve Austin. Hier ist der Punkt. Whoa, whoa, whoa! Just sit back and relax and be quiet. First of all, he's a fierce, swimming fool. He's a foul-mouthed, punk. He's the greatest of every human being alive today. Well, I got news for you. Das ist richtig. Stone Cold Steve Austin, ja. So. Was. Was. Was ist der Untertaker hier für noch ein Stück von Mr. McMahon oder ist er hier Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der Taker auch da ist, aber den Taker zu sind ist natürlich super, diejenigen, die mich hier kennen, wissen, dass er mein Lieblingsfester ist, aber egal Jetzt haben wir auf jeden Fall das Match, es gibt natürlich schon einen Unterschied im Vergleich zu WWE 13 und zu hier, weil das hier ein bisschen ausführlicher ist Das merkt man natürlich auch und von daher finde ich es nicht schlimm, dass man es nochmal macht und es passt ja eigentlich auch zur Geschichte von Steve Austin Das gehört schließlich dazu Genau So, schöner Clothesline So und Netbreaker, was natürlich immer sehr viel Schaden macht Ich weiß, die Stamina ist kacke, aber ist mir egal So, geschafft Okay, dann gehen wir rüber zum Ansagertisch So, come on I'm not so certain Oh, look at this, JR Oh, dude, love, countering the attack of Stone Cold Steve Austin here This is nothing but Muskogee on Saturday night Oh, Spanish Announce Table didn't go down, but our amigos are scattering No kidding, Vamoose, adios Austin is hurt, Austin is now in trouble This is a reminder that this match is a no disqualification What is going on here? I don't know, but Okay So, dude love bearbeitet uns natürlich wieder So So, come on Steh auf Steh auf So Natürlich wird Vince McMahon uns nicht auszählen, weil Steve Austin den Titel sonst behält Und jetzt soll Dude Love reinkommen Komm rein So Komm Come on So, los geht's What abuse of power Mr. McMahon Mr. McMahon Is the referee In his jacked up referee shirt Oh, no, look at Oh, Austin Taking a chance Boy, that chance It cost Austin This match Against Dude Love Patterson and Briscoe On the outside Mr. McMahon Is the referee How can a referee be so one-sided? Look out here Oh, man Austin and McMahon And they detest each other And now Stone Coast Steve Austin Out on the floor And in big trouble And here comes Dude Love Again Dude Love on the outside Austin Oh, neck rager Dude can't win the match on the outside, can he? Austin is flying motionless And wait a minute Oh, Vol's gonna end the win match Ein Falls Count Anyone Match Ja, ja, ja So schnell So geht das nicht Ja Natürlich versucht Mr. McMahon Alles Dass Mankind Den Titel gewinnt So Austin with his right hands Oh, dude Love WWE title is on the line And here's the cover And the count Oh, how fast was that count By McMahon But somehow Stone Cold still kicked out Mr. McMahon The self-appointed referee Wait, he's calling McMahon's calling for help here Oh, God He's calling Give Dude that chair Dude Love Watch him With a steel chair Bears it In Austin's abdomen And right on the spine Of the Texas Rattlesnake Austin a deep, deep trouble king That has got to be it All Dude Love has to do now Is cover Stone Cold He's gonna dish out more punishment On the chair Double RDDT Austin's head on a chair It's over It's over No No Austin kicks out The Rattlesnake kicks out And Vince McMahon Cannot believe it And Donnick and Dude Love Dude Love Still now armed with that steel chair And here comes Dude And Oh Austin The count of the chair Right back in the face Of the toothless wonder Dude Love And now a clothesline Dude Love's down Mr. McMahon Very concerned As he should be Oh, boy The chair is legal The chair is legal And Austin Wow What a shot That was out of here That is it A four-bagger With Austin's chair shot Hey, look at this Come on, ref Come on, Mr. McMahon What kind of human being are you He will not count McMahon just hates Austin Hey, watch me tell Look at the coach Oh, shit Ended Berkeley Looking for Austin's head Found Mr. McMahon And there's another referee king So Ja Das war natürlich Nicht so schlau von Dude Love Er hat Mr. McMahon Ausgenommen Aber was der Antecker da macht Naja Macht nicht so viel Sinn Aber Naja Ist ja auch egal Nicht alles muss Sinn ergeben So Und jetzt Zack, zack, zack Schön Steve Austin Und jetzt Come on Der Stunner One Hey, wait a minute Oh, come on What is Jerry Briscoe doing here These stooges are A pain And they're They're worse than him Or else Get them out of here Oh, boy Mandible claw Mandible claw Austin in trouble With the Mandible claw Now Briscoe's gonna Try to make a count Woo I'm glad it's the Undertaker The Undertaker And he is about To choke slam Briscoe Right through the announce table Briscoe's body shot I can't put Jerry back again No way Now let's see who What's Patterson doing Patterson trying to make a count And the Undertaker And Pat Patterson Patterson's gonna build the man Yeah Vanessa Tja, man Kein Bitzer The Dude Love Das ist natürlich nicht so geil für dich, ne So Ja Das ist der Sinn vom Undertaker, dass er da ist Er hat beide Durch den Kommentator und Pult Geil, geil, geil Ja Gut Job Gut Job Taker So Und jetzt Jetzt Und so geht es auch und Austin verteidigt seinen Titel Entertainment Ach, es ist immer wieder lustig, Entertainment immer zu sagen, ne Hier versteht schon, was ich meine, denke ich mal Zumindest diejenigen, die sehr lange WWE gucken, wissen das Das ist richtig Genau, das war das Match Austin vs. Dude Love mit Special Guest Referee Vince McMahon Ja, Vince McMahon hat es nicht geschafft, Austin den Titel abzunehmen Leider hat er es nicht geschafft Er hat es alles versucht, aber er hat es nicht geschafft Austin hat gewonnen McMahon hat natürlich, ähm, ja, unfreiwillig geholfen Weil er war ausgenockt und Austin hat einfach die Hand von Vince McMahon benutzt Um ihn zu pinnen, also um den Pin anzuwenden Und ja Sehr cool gemacht Gefällt mir Und wir sehen weiter, wie es in der Karriere von Stone Cold Steve Austin weitergeht Freut euch drauf Ich auf jeden Fall Und ich würde mal sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein Und schreibt natürlich auch immer in die Kommentare Bis dann Und Ciao Ciao